Hallo, Servus und herzlich Willkommen zu einem neuen Tackle Talk mit Chris. Heute geht die Serie Einsatzgebiet und Wurfgewichtsbereich der Baitcaster weiter und heute im Fokus steht die Tranks 301. Letzte Woche war ja bereits die Curado 301 im Fokus, eine Rolle, die ich euch fürs Hechtangeln vorgestellt habe. Wer das Video verpasst hat, hier oben könnt ihr das Ganze nochmal auschecken und hier haben wir jetzt mit der Tranks 301 sozusagen die Stufe über der Curado. Die Rolle ist ein bisschen hochwertiger, ist vom Einsatzgebiet aber relativ ähnlich. Wir haben hier allerdings ein bisschen mehr Gewicht bei der Rolle. Die Curado wiegt 300 Gramm, die Tranks 330 Gramm, weil wir hier einfach nochmal ein paar hochwertiger und ein bisschen stabilere Teile verbaut haben. Das merkt man vor allem, wenn man versucht mit dem Spulen noch Ködergewichte zu halten. Da schafft man auch 200 Gramm dran zu hängen und die Spule so weit zuzudrehen, dass die Schnur nicht mehr abzieht. Das heißt, die Rolle ist wirklich gebaut für richtig, richtig große Köder. Unter 10 Gramm solltet ihr mit der Rolle nicht fischen, aber ihr könnt auch über 180 Gramm mit ihr fischen, das ist gar kein Problem. Die Tranks gibt es zudem in der 300er Größe und in der 400er Größe. Und die 400er Größe, das geht dann für mich tatsächlich schon eher so ins Trawling oder wenn ihr richtig, richtig dicke Schlappen fischen wollt. Wobei alles bis, wie gesagt, 180, vielleicht sogar 200 Gramm lässt sich auch mit der 300 einsam machen. Also gar kein Grund, da eine größere Rolle zu nehmen. Vom Body ist die Tranks 301 minimals größer wie die Curado. Hält man aber beide nebeneinander und schaut nicht genau hin, könnte man meinen, es wäre der absolut identische Body. Bei Schnurreinzug gibt es noch eine wichtige Sache zu sagen. In der niedrigsten Übersetzung hat die Tranks 75 cm Schnurreinzug und die Curado 63. Das heißt, hier haben wir nochmal einen Unterschied. Wer also sehr, sehr langsam fischen möchte, könnte mit der Curado besser bedient sein. Allerdings sind 75 cm wirklich ein gutes Mittel. Die Tranks gibt es zudem auch noch in der HG-Übersetzung. Da hat sie dann 100 cm Schnurreinzug, also wirklich schon eine sehr, sehr schnelle Rolle. Die ist dann gedacht, wenn man wirklich Powerfishing machen will. Meine Empfehlung ist tatsächlich die 75er zu nehmen, denn beim Hechtangeln sollte man ja meistens ein bisschen langsamer angeln. Mit der 75er ist man also roundig unterwegs, kann also schneller kurbeln, wenn man mal ein bisschen schneller den Köder haben will. Oder wirklich langsam den Köder durchkurbeln, wenn die Hechte wirklich auf langsame Köder gehen. Vom Routenbereich ist ganz klar, mit den 10 bis 200 Gramm Wurfgewicht sollte man so eine Tranks erst auf der Routenklasse H besser XH fischen. Nach oben hin gibt es da aber keine Grenze. Also eine Route mit XXH, also bis 250 Gramm Wurfgewicht, kann da tatsächlich auch noch mit bedient werden. Wenn man die entsprechende Größe nimmt, die 401er, die ist nochmal ein kleines bisschen größer, vor allem von der Breite her, hat auch nochmal ein bisschen mehr Schnurfassung, wenn ihr das Ganze braucht. Aber mit der Tranks habt ihr auf jeden Fall eine sehr, sehr hochwertige Rolle, mit einer sehr guten Übersetzung. Und einem wichtigen Unterschied noch zur Curado 301. Wir haben hier ein Core Protect System, das heißt wir haben ein System, was wirklich vor eindringendem Wasser schützt. Also jeder, der die Hechtangelei im Brackwasser betreibt oder sogar mit ins Salzwasser geht, ist mit einer Tranks besser aufgehoben als mit einer Curado. Auch wenn die Curado das Salzwasser ein bisschen verträgt, wenn man sie danach abspült, ist man mit der Tranks da auf der sicheren Seite. Das war also meine Einschätzung zur Tranks 301, ein echt geiles Teil zum Hechtangeln. Wenn ihr einen genauen Unterschied zwischen der Curado und der Tranks nochmal in einem detaillierten Video sehen wollt, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Dann nehmen wir beide Rollen vielleicht sogar nochmal mit ans Wasser. Nächste Woche geht der Tackle Talk mit Chris natürlich wieder weiter. Wir sind immer noch bei Baitcastern. Wir haben noch nicht das komplette Shimano-Programm durch, aber wir werden es durchgehen. Wir haben ja schon eine ganze Menge an Rollen vorgestellt. Nächste Woche kommt eine Rolle, die zwar schon im Sortiment ersetzt wurde, aber immer noch ein sehr, sehr heißer Kandidat. Denn die gibt es meistens gerade im Ausverkauf oder vielleicht sogar auf Gebrauchtportalen. Die Rede ist von der Bantam MGL. Ich stelle euch nächste Woche die alte Bantam vor und die Woche da drauf. Könnt ihr raten, welche Bantam dann drankommt. Wahrscheinlich die neue. Also nicht verpassen, Video liken, wenn es euch gefallen hat, meinen Kanal abonnieren. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut. Europa gerade Friendship. Guy Reeve fürn. Musik Untertitelung des ZDF, 2020